Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass Du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für Dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Ich freue mich heute sehr, den wundervollen Paul Seiler in meiner Podcast-Folge zu haben. Paul und ich haben uns vor einigen Monaten über die Arbeit kennengelernt. Ich habe ein Mentoring-Programm bei ihm gemacht, wozu ich im Podcast auch noch mehr erzählen werde. Und ja, Paul hat in seinem Leben privat wie auch beruflich sehr viele Erfahrungen gemacht und möchte diese heute in diesem Podcast mit Dir teilen. Es ist ein sehr offenes, ehrliches Interview geworden und ja, ich finde es schön, dass Menschen sich trauen, ihre Geschichten hier zu teilen, die Dich inspirieren dürfen und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp und Erfahrung weiterzugeben, was Dir auf Deinem Weg eventuell weiterhelfen kann und Dich bereichern kann. Und ja, so sei gespannt wie ein Flitzebogen und ja, steig ein in diese wundervolle Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn Du Deine Gedanken, Deine Wünsche, Deine Kommentare oder Inspirationen oder die Danksagung auch zu dieser Podcast-Folge formulieren möchtest und dieses auf meinem Instagram-Account unter dem Post hier von Paul Seiler machst. Es ist immer wieder schön, wenn die Podcast-Folgen auf Resonanz stoßen und sich ja interessante Austausche oder auch diverse Gespräche dadurch entwickeln können. In diesem Sinne jetzt aber, los geht's! Ja, herzlich willkommen, Paul Seiler. Hi, grüß Dich. Paul, Du bist Vater von zwei wundervollen Kindern. Du bist Surfer, Du bist Unternehmer, Du bist Freund, Buddy, Du bist Hawaii-Liebhaber, Du trinkst lieber Kaffee als Tee, Du bist Chef, Inspirator, Wellenreiter und seit kurzem verliebt in die schöne Stadt New York. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist und wir haben uns ja in Deinem Mentoring-Programm kennengelernt in der Pro Group und ich möchte gerne auch den Hörerinnen und Hörern sagen, dass alles, was Ihr in diesem Jahr an wundervoller Veränderung in meiner Arbeit, in meinem Account gesehen habt, das habe ich Paul Seiler zu verdanken und deshalb sind wir auch so ein bisschen in den Austausch, in den Kontakt gekommen und haben uns gedacht, ja, wir können ja mal zusammen ein Interview aufnehmen und deshalb freue ich mich sehr, Paul. Ich habe Dich jetzt so vorgestellt, wie ich Dich kennengelernt habe, aber es gibt sicherlich ja noch so viel mehr zu dir zu sagen, denn wer bist Du eigentlich wirklich? Danke, Katja, das ging runter wie Öl. Wie war Deine Frage, wer bin ich wirklich? Wer bist Du, ja? Stell Du Dich doch mal vor mit Deinen Worten. Ich fand Deine Vorstellung gerade, ehrlich gesagt, super. Ich bin gerade in Berlin, in meiner Heimat, wo ich geboren und aufgewachsen bin und erlebe ich seit 35 Jahren. Ja, eine Riesenpassion ist tatsächlich das Meer und das Wasser. Berlin tatsächlich ein bisschen schwierig. Das bringt mich dann immer wieder dazu, viel zu reisen und das hat mich tatsächlich schon so an die coolsten Orte dieser Welt gebracht, für mich persönlich zumindest, an die schönsten Küsten dieser Welt, Westaustralien, Südafrikas, Hawaii, Amerika, ganz Europa. Und auf diesen ganzen Reisen habe ich sehr viele inspirierende Menschen kennengelernt, sehr viele Freunde gewonnen. und das ist ein großer Teil, wo ich meine Inspiration herschöpfe, um mich täglich auch zu motivieren, wo ich mich reindenken kann, wo ich viel, viel, viel einfach für mich und alle um mich herum immer wieder mitnehme. Ja, schön. Kannst Du sagen, dass es einen krassen Moment oder ein krasses Erlebnis auf dem Meer oder an diesen inspirierenden Orten oder durch die Leute gab, wo Du sagen würdest, der hat total mich verändert, geschifftet oder inspiriert, beeinflusst? Fällt Dir da spontan was ein? Da gibt es den Top 10, würde ich sagen. Es gab so viele Momente, die so einträgsam waren. Am 27. Dezember 2016 hatte ich einen Flug von Berlin nach Doha, Kapstadt gebucht. Drei Monate lang, Südafrika. Das war, nachdem ich bei meiner E-Commerce-Zeit bei Foodspring damals gekündigt habe, mein Studium, mein Abendstudio, weil ich nebenbei noch laufen hatte, fertig hatte und dachte so, jetzt ist noch mal Zeit, noch mal drei Monate zu reisen. Und zwei Tage vorher rief mich ein guter Freund aus Heidelberg an und meinte so, ey, aber Paul, wir machen hier einen Roadtrip, vier Wochen lang, West-Australien. Willst Du dabei sein? Da habe ich gedacht, ja, okay, aber ich habe jetzt drei Monate Südafrika gebucht. Ich rufe bei Katar an und sage, sag mal, fliegt der Flieger auch nach West-Australien? Die so, ja, können wir sie umbuchen, das ist kein Problem, nehmen Sie einfach eine andere Maschine. Ist okay, alles klar. Na gut, gemacht, getan. Mein Flug quasi von Doha umgebucht nach West-Australien. Setz mich in Flieger. Schlimmster Flug überhaupt, ja. Das waren irgendwie so zwölf Stunden lang von, in so einer Riesenmaschine, aber alle Fenster unten und irgendwie war ein riesiger, wie Zyklop nennen die das, ja, Zyklop auf dem Meer. Und die waren einfach neun Stunden, zehn Stunden lang. Einfach nur gerüttelt bis zum Gehtnicht, weil ich dachte nur so, ach, was macht's ihr? Und kommen dann aber, wie man sieht oder wie man hört, auf jeden Fall sicher in Australien an. Und dann haben wir uns so einen Camper zu dritt gemietet und sind dann tatsächlich die ganze Westküste langgeknallt. Und bin zwölf Stunden Richtung Norden gefahren in so einem Surfcamp, also Surfcamp in Anführungsstrichen. Das war, da war weit und breit nichts, das war mitten im Nirgendwo, so wie man sich das vorstellt. Narraloo, der ein oder andere kennt das vielleicht, ansonsten kleiner Geheimtipp. Einer der schönsten Wellen Australiens. Und ich habe so ein kleines Problem mit Schlangen tatsächlich und komme da in diesem Ort an. Und das Erste, was ich sehe, ist einfach so ein riesiges Schild mit den sechs tödlichsten Schlangen, die in diesem Camp leben. Und wir waren schon zwei Stunden lang, waren wir unterwegs in so einer Sandwüste und hatten kein Handysignal, gar nichts. Und vor Ort war ein kleines Häuschen, ein schrottiges Auto und ein Toilettenhäuschen. Das war's. Die haben das dann irgendwie auf der Karte noch eingeteilt, dass die erste Reihe, wo man in seinem Camper stehen konnte, waren so ein paar Steine aufgestellt, um die Plätze zu markieren. Das haben die dann Hiltons genannt, ja, die teure Reihe, ja, die hat dann irgendwie 25 Dollar gekotzt. Und die dahinter hat dann irgendwie 10 Dollar gekotzt. Und überall im Sand siehst du mir diese Schlangenspur. Ich dachte, das ist so, fuck. Das ist der pure Horror. Und, ja, aber es hat sich gelohnt. Am nächsten Tag lief da einer der schönsten und längsten und größten Wellen Australiens. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit meinen Freunden erstmal nur so ein, zwei Stunden lang einfach nur aufs Meer geguckt habe und einfach nur aufgesaugt habe. Diese ganze bildschöne, wunderschöne Natur, dieses Meer, dieses kristallblaue Wasser, diese unfassbar große, lange Welle. Und alle, die da waren, so eine ganz kleine, nerdige Gruppe von Surfern, die wussten, dass das da auch läuft an dem Tag. Es war ja auch über Neujahr. Und wir haben uns so extrem gefreut. Das war wunderschön. Und irgendwann nach zwei Stunden, ich hatte Angst, muss ich sagen, selten Angst, lange überlegt, ob ich da rausgehen sollte. Ich habe mich ganz tief in diese Angstraste gegangen, habe es ausgehalten, habe mein Zeug zusammengebaut, war dann absolut fokussiert und im Moment. Und bin dann rausgegangen und bin dann die schönsten Wellen meines Lebens tatsächlich gesurft. Und das war ein sehr, 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 sehr inspirierender Moment in dem Moment für mich. Der hat viel, viel mit mir gemacht. Das war, das war, das war, das war toll, ja. Ja, das glaube ich. Gehst du seit diesem Moment anders mit der Angst um? Ja, gehe ich, auch wenn ich auf Maui beispielsweise bin. Und Maui ist tatsächlich reines Big Wave Surfen. Und wenn man sich das dann immer anguckt, so von den Felsen, dann merkst du auch, dass du, wenn du da reingehst, da gibt es keinen Beckenrand oder so. Da gibt es ja überall Haie, da ist ein scharfes Rift, da sind heftige Strömungen, riesige Steine. Und du weißt auch so, okay, wenn du da reingehst, dann musst du auch immer dafür sorgen können, dass du da auch selbst wieder rauskommst. Und eins habe ich gelernt, dass wenn man wirklich Angst hat oder wenn man sich nicht so fühlt, dann bleib einfach draußen, mach was anderes an dem Tag. Und das sind die Momente, wo du was falsch machst und wo du dich verletzt. Geh immer mit Respekt an die Sache ran, aber niemals mit Angst. Und manchmal ist es gut, auch in die Angst reinzugehen, zur Angst zu werden, sie auszuhalten und dann durchzugehen. Ja, sehr schön, wunderschön. Du hast gerade was ganz Tolles gesagt, das habe ich direkt mal mitgeschrieben. Und zwar hast du gesagt, wenn du da reingehst, musst du dir sicher sein, dass du auch selbst wieder herauskommst. Ja. Und ehrlicherweise würde ich das gerne mitnehmen in einen neuen Themenbereich, weil ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Zitat, das ist auch für Beziehungen, ehrlicherweise richtig wichtig. Wie viele gehen in Beziehungen? Und ja, denken, es ist für immer, verlieren sich da drin. Und gerade ich mit meinem Hauptthema toxische Beziehungen, diese kommen ja sehr, sehr schwer wieder raus. Und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass Festhalten manchmal schwerer ist als Loslassen. Und das bedeutet ja, dass man sich dann in dem Moment vielleicht nicht sicher ist, wie man wieder herauskommt. Und wieso hast du diesen Satz gewählt, den wir dann tatsächlich auch für den Titel dieses Podcasts gewählt haben gemeinsam? Was hast du für Erfahrungen gemacht damit? Wie kommt es zu dieser Erkenntnis in deinem Leben? Das ist eine gute Frage. Ich habe für mich festgestellt, dass wir, so wie du es gerade gesagt hast, wir gehen ja oft, wir gehen ja in der Regel in unsere Beziehungen mit einer gewissen Vision rein, sowas auch gesellschaftlich geprägt. So, das ist jetzt die Beziehung, die große Liebe, das ist das jetzt für immer. Und ich finde den Gedanken wunderschön. Ich finde das wunderschön zu sagen, okay, auch als Mann, ja, sich, auch, glaube ich, wir Männer, wir committen uns da auch nochmal ganz anders. Okay, ein Mann, ein Wort, ja. Und das ist für uns sehr, oder für mich etwas sehr Wichtiges, was ich so für mich auch in meinen Beziehungen auch erlebt habe, warum ich diesen Satz gewählt habe, warum manchmal Festhalten mehr wehtut als loslassen, ist, dass wir uns dann im Laufe von solchen Beziehungen ja oft an so einen idealen Zustand klammern, der schon lange nicht mehr existiert irgendwann. Ja, wir leben dann oft noch in Beziehungen in der Vergangenheit, in den wunderschönen Momenten, die einst mal da waren und versuchen immer wieder, uns an diesen Seilen festzuhalten. Und manchmal halten wir uns da dann zu sehr dran fest, bis die dann halt reißen. Und dann tut es manchmal mehr weh, als hätten wir einfach vorher losgelassen und wären uns darüber bewusst geworden, warum wir eigentlich nicht mehr in diesem idealen Zustand sind. Und ich glaube, so aus meiner Erfahrung, das hat auch was damit zu tun, dass wir uns nicht eingestehen wollen gesellschaftlich, dass wir gerade versagen, dass wir eine Niederlage einrollen müssen, und dass wir sagen, okay, wir sind nicht perfekt, wir verkacken es hier gerade, wir stecken hier in unseren Rollen auch einfach fest, wir kommen hier gerade nicht mehr raus und irgendwie ist unser Ego wesentlich größer als der eigentliche Sinn, den wir einst mal verfolgt haben, für die Vision, die wir angetreten. Wir haben dann diese Vision einfach aus den Augen verloren. Und irgendwie schafft man es dann nicht mehr, diese Konzepte abzulegen und auch nicht mehr aus diesen Rollen auszubrechen. Und ich habe lange in den Beziehungen dann versucht, aus diesen kontextuellen Rollen, die wir dann irgendwann halt annehmen, auszubrechen, um wieder auf Augenhöhe zu kommen, um dieses Gefälle dann, was dann irgendwann entsteht, dann wieder abzulegen, wie so ein Reset. Ich weiß mal, so einen weißen Kreis wieder zu bauen, in dem wir neutral wieder uns gegenüber in die Augen gucken können und dann einfach den Menschen wieder in uns gegenüber sehen, ohne diese ganzen Fehler oder alles, was so drumherum ist, ohne diese ganzen Kleinigkeiten, die eigentlich keine Rolle spielen in dem Moment. Ja, und wenn wir da zu lange dran festhalten, dass wir glauben, dass wir das halt schaffen, dann tut es am Ende verdammt weh. Und es wäre wesentlich besser gewesen, früher loszulassen und frei zu sein, mit dem Ganzen noch eine andere Chance zu geben, ja. Du hast es eben ganz schön gesagt, dass das Ego so gerne in der Idealisierung stecken bleiben möchte. Und ich fühle dich da total, weil mir das damals bei meinen Beziehungen und in der Ehe auch so ging, dass ich auch gerade bei meiner folgenden oder zweiten toxischen Beziehung auch nicht wieder scheitern wollte oder es irgendwie hinbekommen wollte und selber versucht habe, halt alles all in zu geben, damit es irgendwie funktioniert noch und wir irgendwie das Ruder noch mal rumreißen können. So ein Stück weit war es für mich auch ein Zeichen von Schwäche, gescheitert zu sein und loslassen zu müssen. Wie war das für dich? Wie gehst du mit Schwäche um? Was hat es in dir ausgelöst, irgendwann dazustehen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich los? Und was hat es mit dir gemacht? Los zu lassen hat mich sehr, sehr befreit. Die Schwäche zu zeigen, die Niederlage einzuräumen, hat mich sehr befreit. Auch quasi diese ganze Maske dann auch abzulegen und zu sagen, auch meiner Familie, auch meinen Freunden gegenüber hat mich sehr befreit, da nicht mehr dran festzuhalten. Schwäche zu zeigen, ist als Mann immer ein großes Thema. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr schwierig, dass das so ein großes Thema ist und so ein großes Problem ist. Ich finde es sogar sehr schwierig, wenn man keine Schwäche in der Beziehung zeigen kann, auch als Mann. Gesellschaftlich sind wir immer geprägt, immer stark zu sein. Und der Mann sagen, okay, du musst alles tragen, du bist das Alphatier und so weiter und hast sie nicht gesehen. Alles, was da so draufliegt. Und ja, ich bin Mann, ich bin stark, ich kann das. Ich mache das gerne. Aber ich habe auch beide Seiten in mir. Ich kann das nicht ignorieren. Ich kann nicht immer nur so tun, als wäre ich stark. Und als hätte ich alles im Griff. und ich finde es so gerade in Beziehungen, gerade wenn es um, gerade im Zusammenhang mit Intimität, und ich glaube, das wünschen sich viele Männer, insbesondere, ich habe mir das immer gewünscht, dass man in diesem intimen Bereich, also in dieser Intimität, die man aufbaut, zwischeneinander, dass man da auch seine Schwäche zeigen kann, ohne den Respekt zu verlieren. Und das ist ein Riesenthema. Denn viele wünschen sich jemanden, der auch mal Emotionen zeigt, der auch mal Gefühle zeigt, auch mal jemand, der sagt so, ich brauche mal Hilfe, kannst du mich mal unterstützen? Aber in den Momenten, das ist meine Erfahrung, wenn man das macht, dann wird man einfach komisch angeguckt. So, okay, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du Psycho? Nee, kann ich nicht. Bist du selber können und so weiter. Und das sind natürlich dann, sind so die Momente, wo man sich nicht mehr wohlfühlt dann in Beziehungen. Und ich kann auch nur jeden irgendwie ermutigen, auch jeden Mann irgendwie von vornherein irgendwie mit offenen Karten zu spielen. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt hingeht und sagt so, ey, übrigens, ich heule auch jeden Tag oder so. Ganz und gar nicht. Aber auch einfach zu sagen, hey, ich habe übrigens auch alle Gefühle. Und ich bin nicht jeden Tag, laufe ich mit einem breiten Kreuz und einer breiten Schulter, mit einer breiter Brust, so rum, irgendwie durchs Leben, sondern all das im Leben, was so passiert, macht auch was mit mir. Und ich denke mir dann immer, also wenn ich es meiner Partnerin nicht erzählen kann, wenn ich es meiner Partnerin nicht teilen kann, wem denn dann? Das ist so der Anker, den ich als Mann auch gerne habe, den ich mir wünsche. Weil ich sage so, hey, ich lege dir die Welt zu Füßen, ich trage dich auf jeden Berg hoch, das mache ich, ohne es auch nur in Frage zu stellen. Aber danach kann es auch mal sein, dass ich auch mal traurig bin, oder dass ich mich auch mal auskotzen muss, oder was auch immer, kann ich immer nur nach oben gehen, die ganze Zeit. Und dass man da dann auch einfach emotional Unterstützung halt auch erhält, das ist, das ist, glaube ich, ganz schön. Von daher. Ja, ich finde das so, so wichtig. Ich glaube, da können wir Frauen uns tatsächlich auch an die Nase packen, da erwische ich mich auch immer bei. Weil jetzt wünschen wir uns natürlich super empathische Männer, die gefühlvoll sind. Aber in manchen Momenten, wo vielleicht dann Schwäche gezeigt wird, merke ich, dass ich auch manchmal einfach diesen Moment erst drüber nachdenken muss, weil wir, glaube ich, ja auch so aufgewachsen sind. Ich weiß zum Beispiel, wenn meine Mutter war, ein schwacher Papa, für sie irgendwie, das geht nicht, wenn Papa mal geweint hat vor Rührung, ja, jetzt reiß dich zusammen. Und diese Trigger, die gehen bei mir auch gleich los. Und wo ich dann aber auch wirklich einmal tief durchatme und sage, nein, er darf. Ja, er darf anders sein. Und es gehört zu ihm dazu. Und eben auch, dass wir, ich meine, da versuchen ja schon die jungen Mütter alle jetzt nicht mehr, Indianer kennt kein Schmerz und Junge muss stark sein. Da wird vielleicht nicht mehr so hin erzogen. Aber dennoch, wenn die Männer und Väter der Generation gerade schwach sind, ist es dann doch erstmal wieder nicht gewünscht. Du hast eben gesagt, als du angefangen hast, das anzunehmen, was passiert ist, hat sich das für dich weniger als Scheitern, sondern vielmehr als Freiheit angefühlt. Sicherlich hast du in deinen Beziehungen auch viel über dich selbst erkannt und gelernt, weil ich glaube ja auch, dass wir alle Freundschaften und Beziehungen, Partnerschaften haben, weil wir selbst uns erkennen sollen und eben auch persönlich an uns arbeiten dürfen und weiter wachsen dürfen. Hast du für dich in deinen Beziehungen so rückblickend Learnings oder Wachstumspotenziale, Veränderungen feststellen können, die du heute in zukünftigen Beziehungen, sage ich mal, besser machen würdest oder integrieren würdest oder was du eben auch nicht mehr machen würdest. Was hast du gelernt, um es mal leicht auf den Punkt zu bringen? Sorry für die komplizierte Frage. Was hast du über dich selbst gelernt? Lass uns daraus eine Frage bitte machen. Das sind zwei Antworten, glaube ich, an der Stelle. Was ich gelernt habe, ist die Frage. Ja, bitte. In meinen Beziehungen, aus meinen Beziehungen. Also ich für mich, ich lerne immer, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich nehme immer sehr viel an. Das ist mal gut und mal schlecht. Das ist mal sehr gut, um den Gegenüber besser zu verstehen, ihn besser fühlen zu können. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch verkehrt, weil es einen daran hindert, irgendwie richtig die Grenze zu setzen, seine eigenen Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dass wir in Beziehungen, wenn wir offen dafür sind, extrem aneinander wachsen können. Immer. Ich bin sehr gewachsen in all meinen Beziehungen, auf allen Ebenen. Und das ist dann immer so eine grundsätzliche Frage auch, sozusagen in welchem Bereich ich halt wachse. Aber natürlich auch in sozialen Bereichen wächst man, in persönlichen Bereichen wächst man, auch in spirituellen Bereichen wächst man die ganze Zeit. Und ich glaube auch, dass jetzt, ich bin jetzt Mitte 30, dass viele auch in ihre 30er kommen, ob Frauen oder Männer, sowieso dann irgendwann auf so eine spirituelle Reise gehen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber ich glaube, man ist einfach grundsätzlich ein bisschen empfänglicher, weil man sich nochmal mehr so grundlegende Fragen auch über das eigene Leben halt stellt. Und dann ist es im Grunde halt wunderschön, wenn man die auch gemeinsam besprechen kann, zum Beispiel. Am Ende geht aber jeder für sich auf seine eigene Reise und macht so seinen, auf seinem Weg so seinen eigenen Wachstum eben halt durch. Und ich glaube, was dann oft so der Fehler ist, ist, dass man versucht, zu seinem eigenen Wachstum auch die andere Person zu übertragen. Ja, also wir entwickeln uns alle in unserem Tempo und auf unsere Art und Weise eben weiter. Und ich glaube, dass viele, also ich für mich, wenn ich jetzt so an dieses ganze, an diesen ganzen spirituellen Wachstum denke, dann ist das wunderschön, da kannst du dann immer bis zu einem gewissen Schritt auch mitgehen. Und irgendwann gibt es aber dann auch Bereiche, vor allen Dingen, wenn es dann über so eine Passion hinausgeht, sondern auch irgendwie so eine berufliche Komponente mit sich hat, dann kannst du dich dann nicht mehr irgendwann mit all diesen Themen jeden Tag 24-7 auseinandersetzen. Dann ist halt irgendwann so, ja gut, das ist hier ein Perran, da ist da ein Zyklus, den ich irgendwie wiedererkenne. Das hat was damit zu tun und man kann über viele Dinge halt auch reden in abstrakter Art und Weise und auch spirituelle Weise, realistische Weise. Und dann gibt es so diese Themen, wo es dann heißt, ich habe mich dann rausentwickelt, ich habe mich weiterentwickelt oder ich bin weiterentwickelt als jemand anderes. Und dann denke ich auch so, ja, das kann sehr gut sein, wenn ich mich damit jeden Tag beschäftige. Klar weiß ich vielleicht nicht, was irgendwie das sechste Chakra ist oder sowas und kenne ich irgendwie die drei Theorien dazu und die vier, fünf Bücher von Dr. Joe Dispenza oder so oder keine Ahnung. Aber es ist auch nicht mein tägliches Büro. Das wäre so ungefähr, wie wenn ich dann irgendwann sagen würde, okay, ich bin Anwalt, du bist Arzt, ja, und ich stelle dann irgendwann in Frage, dass du nicht weißt, wie du meine Fälle lösen kannst, ja. Und dann irgendwann zu dir ankomme und sagst du, ey, du hast dich jetzt nicht weiterentwickelt, weil du operierst da die ganze Zeit nur an deinem Herzen, aber du weißt nicht, wie du meine großen Fälle halt lösen kannst. Und ich glaube, das muss man dann auch bis zu einem gewissen Grad dann auch einfach mal so stehen lassen und dann vielleicht auch einfach mal den Rahmen und den Raum vor allem auch halten, ja, dass wenn der eine sich auch vielleicht persönlich in eine andere Richtung entwickelt, dem anderen dann auch mal den Moment halt gibt, ja, sich auch auf seine Art und Weise dann zu entwickeln. Und manchmal auch gar nicht, nicht allzu selten, aber oft ist es natürlich auch so, dass wenn wir auf so eine persönliche Reise halt auch gehen und dann gewisse Pattern irgendwie entdecken, die uns ziemlich dienlich in der Kindheit waren, aber jetzt gerade nicht mehr so dienlich im Erwachsenenalter jetzt sind, ja, dass wir dann halt feststellen, oh, wir sind ja vielleicht aus bestimmten Mustern mit diesen Menschen zusammengekommen. Und wenn ich das jetzt für mich auflöse, dann merke ich gerade, oh, meine, Persönlichkeit hat die ganze Zeit irgendwie nach dieser Aufmerksamkeit oder nach dem und dem irgendwie gelächzt und das war einfach nur da, um irgendwie wieder irgendein Loch zu stopfen und dann stellt mir vielleicht irgendwann fest, dass es das vielleicht auch nicht mehr ist und das ist auch total in Ordnung und dann muss man auch mal irgendwann diese, dass das dann auch wieder loslassen kann. Beantwortet das die Frage so ein bisschen? Ja, sehr gut. Du sagst das natürlich super richtig, dass die Muster sich, die wir aus der Kindheit einfach gewohnt sind und die vielleicht auch uns in der Kindheit schon irgendwie Schmerz zugefügt haben oder komische Glaubenssätze über uns selbst, sich in Beziehung sehr, sehr häufig wiederholen. Ich glaube ja, dass das daran liegt, dass wir Mama, Papa sind unsere erste große Liebe im Leben und uns natürlich für ein Verständnis, was Liebe bedeutet, wie sich Liebe anfühlt, wie was Liebe ist. und ich glaube, dass wir eben Partner suchen, die uns diese Art und Weise der Liebe später halt auch zeigen beziehungsweise die von uns verlangen, dass wir uns genauso verhalten, wie wir uns bei Papa und Mama verhalten haben, um Liebe zu bekommen. Es gibt Sicherheit und es gibt halt dieses Geborgenheitsgefühl oder dieses, da kenne ich mich aus, da werde ich geliebt. Kannst du rückblickend über dich sagen, was so dein Anteil an dieser, ja, den du halt quasi mitgebracht hast, wo du sagst, da wollte ich vielleicht für mich was gewinnen, auflösen oder kannte einfach nur dieses Muster, was aber am Ende mich nicht wirklich weitergebracht hat vielleicht? Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass meine zu wissen, anders gesagt, dass sich in Trennungen und Beziehungen gerade immer gewisse Dynamiken entwickeln und dass wir dann immer immer auch tatsächlich Täter und Opfer sind. Ich glaube, das muss uns einmal klar werden, ja, dass keiner sich, dass alle erst mal verlieren, wenn wir uns trennen, ja, dass zum einen mein Anteil, den ich für mich, lass mich die Frage anders beantworten, was würde ich anders machen in meiner nächsten Beziehung, ja, was sind so die Learnings, die ich für mich mitgenommen habe? Und da ist meine Antwort drauf, tatsächlich, wird alles genauso nochmal. Ja, ich würde meine Partnerin auch wieder an die erste Stelle setzen, eine Familie gründen, ich würde wieder versorgen, finanziell unabhängig zu werden, all das nur, dass ich mich beim nächsten Mal nicht selbst vergessen werde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Anteil, den ich so für mich erkannt habe auch, ja, zu sagen, okay, du hast das alles in sehr guter Intention gemacht und ich glaube, viele da draußen machen das auch immer in sehr guter Intention und dann irgendwo gibt es so diesen Punkt, wo wir uns aus irgendwelchen Gründen selbst vergessen und da kann man sich dann irgendwann mal hinterfragen, woran liegt das? Was hat das so mit dem Selbstwertgefühl von einem selbst zu tun? Was hat das damit zu tun? Wo kommt das her? Warum passiert das? Warum fehlt da die Balance? Warum setzt man an der Stelle keine Grenzen? Versuchen aufrechtzuerhalten, was gar nicht mehr existiert, was weit, weit, weit zurück irgendwo in der Vergangenheit nachliegt. Und ich glaube, so den Anteil, den muss man nicht dann auch eingestehen und sagen, okay, so wie du es auch gerade gesagt hast, den willst du in der Form nicht in die nächste Beziehung mehr mitnehmen. Aber es gibt nie eine Garantie dafür, dass das nicht nochmal passiert oder dass du nicht dich nochmal trennst. Ich glaube, nur wenn man durch eine Trennung, eine größere Trennung geht, ist das jetzt kein Freifahrtschein danach, auch wenn du deine drei Erkenntnisse daraus herziehst, dass du sagst, okay, die nächste Beziehung ist für immer. So funktioniert das leider nicht. das ist natürlich das, wie man reingeht, aber tatsächlich gehören zwei dazu, zum einen und zum anderen auch viel Arbeit. Viel Liebe, viel Arbeit. Das ist total wichtig. Ja, ich glaube auch, das schöne Beispiel, das Leben ist eine Zugfahrt und die Leute steigen ein und aus und solange wie du sie brauchst, um alles zu erkennen, was du in deinem Leben erkennen sollst, können die dann halt auch wieder gehen. Ich sehe das so rückblickend auch bei meinen Freundschaften so, die waren in der Zeit super wichtig für mich und ich bin damit auch gewachsen und irgendwann ist man wieder irgendwie, hat man sich ein bisschen getrennt, weil die Aufgabe vielleicht auch erfüllt wurde, die der Freund für mich oder ich auch für den Freund in dem Moment gegeben hat. Aber dieses eine Anteil von dir, dieses zu sagen, hey, ich würde aufpassen, dass ich mich nicht wieder selbst verliere, glaube ich, haben sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr, sehr viele und das liegt sicherlich auch in der Kindheit begründet, weil natürlich sich Eltern freuen, wenn die Kinder einfach sind. Ja, wenn sie spuren, wenn sie nicht nur Blödsinn machen, wenn sie sich gut benehmen, wenn man irgendwo im Außen ist, ertappe ich mich ja auch bei. Und da lernen natürlich die alle draußen, wir alle da draußen, naja, ich bekomme Liebe, wenn ich mich anpasse, wenn ich dem anderen Recht mache, wenn ich mich unterordne und wenn das dann noch von einem Partner ein paar Mal bestätigt wird, dann, ja, dann verliert man sich, glaube ich, sehr, sehr schnell darin, wenn man nicht selbst vielleicht durch so eine Krise, und das würde ich, da würde ich mich jetzt zu zählen, wirklich tief in meinem eigenen Selbstwert danach, nach meinen toxischen Beziehungen gewachsen bin und genau eigentlich erst mal wusste, was ich wollte und wo ich gesagt habe, das, was ich jetzt hier aufgebaut habe, was zu mir gehören soll, das gebe ich auch nicht wieder her. Es kann zwar passieren, dass mein Freund dann auch sagt, ey, was ist denn jetzt los, du mit deiner scheiß Unabhängigkeit, dass ich es überziehe, weil ich es so verteidigen muss, für den Moment, natürlich nicht langfristig, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Hausaufgabe, die wir nach jeder Beziehung oder nach so einer Beziehung, wo wir gemerkt haben, und jetzt hören ja auch viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich auch immer in ihren toxischen Partnern verlieren, dass man die Hausaufgaben machen darf, wer bin ich eigentlich selbst und wer will ich sein und was soll in meinem Leben für mich stehen? Das ist, das finde ich zum Beispiel, das ist eine große Erkenntnis auch, immer so ein großes Wort, das ist auch so ein Buzzword natürlich, aber auch authentisch zu sein, ich glaube, das ist gar nicht so eine einfache Frage auch an der Stelle, also die jeder für sich selber ja auch irgendwie anders beantwortet, das ist wirklich sehr, sehr wichtig auch in der Beziehung, dass man selbst sein kann, dass man authentisch einfach ist und viele haben gerade am Anfang von Beziehungen ein großes Problem damit, wirklich sie selbst zu sein, wir haben dann immer so diese ganzen Masken irgendwie auch und das ist ein großes Learning, was ich gerade auch habe, zu sagen, hey, nein, ich will die Sätze, die ich sage, ich will die so meinen, so wie ich sie sage, ich sage sie so, wie ich sie denke, ja, wenn das jemandem nicht passt, okay, dann finden wir gerade schnell heraus, dass wir an der Stelle auch nicht weitermachen sollten, ja, weil worauf ich keine Lust mehr habe, ist irgendjemandem etwas vorzumachen, jemand zu sein, der ich eigentlich gar nicht bin, nur damit das in dem Moment irgendwie zueinander passt, ich war jetzt in, ich war ganz, ich habe einen Freund in New York getroffen, Chris, und ich habe ihm so geschrieben, ich sage, hey du, ich bin nur in New York und wir haben uns vor zwei Jahren mal in Hamburg auf einer Hochzeit getroffen, er ist Indexbanker an der Wall Street, ich habe ihm per WhatsApp schon gesagt, hey Chris, ich bin in New York und so, was machst du die Tage? und er sagt, ja du, ich gehe morgen zum Yoga hier am St. Martins Park und ich sage, okay, alles klar, ich komme und wir sind dann mit dem Fahrrad hin über die Brooklyn Bridge und völlig verschwitzt komme ich in diesem Yoga-Studio an, wunderschön, kann ich übrigens empfehlen, Drop-in-Class 10 Dollar, um mal kurz Werbung an der Stelle zu machen und John war der, war der, war der Yoga-Lehrer und Yoga ist ja auch immer so eine kleine spirituelle Reise, die man dann immer so am Tag mal für 60 bis 90 Minuten halt macht, ja und wir hatten dann so diese eine Übung und an alle Yogis, die gerade zuhören, es tut mir leid, ich muss immer links und rechts gucken, weil ich immer, ich kriege irgendwie den Warrior noch hin und den Downward Dog oder wie das heißt und bei vielen Übungen muss ich gucken, was die anderen machen, weil ich ansonsten nicht weiß, was passiert und wir hatten diese eine Übung, ich kann sie jetzt leider nicht benennen, aber es ging darum, in so eine Pose zu kommen, wo wir unsere Rolle, also uns selbst finden und die Pose findet uns ja und alle saßen da irgendwie wie so Rosen, wie sagt man, wie so Blätter irgendwie auf den Matten und dann haben irgendwie alle so ihre authentischste Pose gesucht, ja, immer von links nach rechts und nach hinten und nach vorne, aber es war so für fünf Minuten total, totaler Ekstase, weil alle so auf dieser Suche in diesem Moment waren, ja, zu finden, wo genau, wo genau fühlt es sich genau richtig an, ja, und ich bin dann nach der Yoga-Klasse mit Chris noch durch acht, drei, vier Bars gelaufen und haben dann irgendwann auch dann über Rollen gesprochen, ich habe ihn auch gefragt, sag mal, wie wichtig glaubst du, ist es eigentlich, so eine Rolle zu finden, hier in New York, um es in New York zu schaffen, da sagst du ja, wichtig, es ist wichtig, dass du du selbst bist und dass du, so wie beim Yoga vorhin, ja, du musst diese Rolle annehmen und finden und du musst sie mit all deinen Stärken und all deinen Schwächen vor allem dann auch akzeptieren, so wie sie ist und du darfst dich da nicht von den gesellschaftlichen Blicken, die du dann auch auf dich ziehst, wenn du bist, wie du bist, dann abhalten lassen, und der zu sein, der du bist und das fühle ich gerade sehr, ja, der zu sein, der ich bin und das zu akzeptieren mit den Stärken und mit den Schwächen, die man, die man, die man so mit sich bringt, ja, das dann auch in Beziehungen und auch in, zu übertragen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich wieder überlegen, warum, eigentlich ist es ja das Einfachste der Welt, wir selbst zu sein und authentisch zu sein, aber wir trauen es uns halt nicht, weil wir schon im Voraus denken, jemand anders könnte das nicht gut finden oder der Partner findet das nicht gut. Da ist ja schon wieder ganz viel Interpretation von uns selbst drin und es muss überhaupt nicht stimmen, weil wir entscheiden dann ja, dass wir unzumutbar dem Partner gegenüber sind, so wie wir sind und entscheiden dann, nicht mehr authentisch zu sein und ich bin auch irgendwann nach diesen toxischen Beziehungen vor zehn Jahren dafür aufgestanden und ich denke, du weißt es auch über die drei Monate sehr gut, dass ich ohne authentisch zu sein nichts mehr machen möchte und dass mir das auch super, super schwer fällt, ja, irgendwas zu tun, auch weil es alle tun, aber was eben nicht ich bin und ich finde es schwerer nicht authentisch zu sein als authentisch zu sein und dafür bin ich aber auch dankbar. Ja, 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 und ich glaube so, das ist so ein, das ist so ein, auch ein großes Learning, was man dann einfach für sich auch mitnimmt. Das, was du gerade gesagt hast, war sehr schön. Das fühle ich auch, dass es dann mittlerweile einem schwerer fällt, nicht der zu sein, der man ist, ja, und diese, diese, diese ganzen Masken irgendwie aufrecht zu erhalten, ja, und diese ganzen Rollen, das ist, das ist, das ist schön gesagt, das ist schön gesagt, das ist schön gesagt, ja. Paul, hast du Angst, dich wieder zu verlieben? Nö, gar nicht, gar nicht, das kommt, das kommt, das kommt, wie es kommt, und das wird irgendwann passieren. Ich glaube, erzwingen darf man es nicht, ja, da muss man geduldig sein, und hat es schon mal geklappt, klappt auch wieder, ganz überzeugt von, ganz sicher sogar, sehr sicher sogar, und ja, das, das passiert, das passiert, ja. Ja, das glaube ich auch. Abschließend habe ich eine Frage noch an dich. Was würdest du deinen beiden Kindern über die Liebe erzählen wollen? Also erstmal bedeutet Liebe für mich, erstmal würde ich definieren, was für mich Liebe bedeutet. Gerne. Das würdest du ja wahrscheinlich deinen Kindern sagen. Sowas in der Art würde ich meinen Kindern sagen, ja. ich würde, für mich ist ja, für mich meine Erkenntnis ist, dass Liebe dieses Gefühl ist, wenn ich mich geschätzt fühle, wenn ich mich gesehen fühle, wenn ich mich respektiert fühle, wenn ich mich wertschätzt fühle, wenn ich vertrauen kann, weil das ist der Moment, wo ich dann loslassen kann, wo ich dann all diese Seile loslassen kann, und wo ich dann frei bin, und in diesem, die Kontrolle verliere, aber trotzdem frei bin. Das ist ein wunderschönes Gefühl, zu fliegen. Ich würde meinen Kindern raten, dass sie ganz viel lieben sollen, ganz viel sich selbst lieben sollen, sich ganz, ganz viel Liebe auch in der Welt verteilen dürfen, und dass sie wunderschön sind, so wie sie sind, und dass ihre Eltern sich von ganzem Herzen lieben. Ja, so schön. So schön. Und es ist auch so wichtig, was du gerade gesagt hast, dass sie sich halt auch selbst lieben sollen, weil das brauchen wir einfach auch, um lieben zu können. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meiner Tochter, die ist jetzt 20, und die haben auch über das, wie sehr ich sie geliebt habe, oder wie sie die Liebe wahrgenommen hat von mir, und interessanterweise hat sie mir dann gespiegelt, dass sie gesagt hat, weißt du, Mama, in den ersten zehn Jahren hattest du irgendwie mehr mit dir zu tun, und da habe ich mich selbst gar nicht so, warst du nicht so da, oder habe ich dich manchmal auch nicht so gefühlt? Ich weiß zwar, dass ich immer kommen konnte, aber das, was ich ab dem zehnten Lebensjahr von dir bekommen habe, ist überhaupt nicht damit vergleichbar, wie ich mich in den ersten zehn Jahren gefühlt habe. Und da habe ich sofort gesagt, wusste, was los war. Ich sage, ja, in den ersten zehn Jahren deines Lebens habe ich mich selbst nicht geliebt. Da war ich selbst noch in diesem Prozess, es anderen recht zu machen, und so zu sein, wie andere mich wollten. Und, ja, ich habe ja so 2010 ungefähr, so die Transformationsreise für mich zu mir hin begonnen und bin dann tatsächlich, ja, das hat sie auch so gespürt. Und das finde ich eben auch so schön und so wichtig und auch so ermutigend für alle da draußen, dass wenn sie in die Liebe gehen wollen, wenn sie Kinder in die Welt setzen wollen, oder wenn sie sie auch schon haben, hat ja meiner Tochter auch nicht geschadet, dass es so wichtig ist, an sich selbst zu arbeiten und sich selbst wirklich tief lieben zu können, um dann wirklich auch voller Liebe nach außen gehen zu können und die da schenken und zeigen zu können. So viel zu unseren Kindern und was wir ihnen raten und was sie sowieso alles merken und mitbekommen, ob wir es wollen oder nicht. Ja, das ist schon Wahnsinn, und da muss man ein bisschen aufpassen manchmal. Paul, ich möchte dich jetzt bitten, dein Schlussresümee oder wie auch immer. Also, meine Hörerinnen und Hörer bekommen immer noch mal die Gelegenheit, etwas, ja, oder du bekommst die Gelegenheit, aus deinen Learnings mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen, wo du sagst, das ist etwas, was mir wichtig ist, was jeder da draußen verstehen sollte oder wissen sollte. Was ist dir wichtig, noch den Hörerinnen und Hörern mitzugeben? Werdet die Angst los und ich habe dazu letztes Jahr in meiner Trennung eine sehr inspirierende Erfahrung gemacht. Ich bin in dieser ganzen doch sehr aufwühlenden Zeit, akuten Zeit, habe ich mir Abstand gesucht und bin nach Italien in Toskana geflogen und mich mit einem Workshop gegeben, mit Kunden von mir. Das war auch ein paar. Und ich komme dann in diesem Bergdorf an, irgendwo mitten in der Toskana, in Italien. zu dem Zeitpunkt war ich hypersensibel, hyperaware. Das fing schon in Berlin am Flughafen an. Und meine Geschichte war, ich komme da an, bin eigentlich völlig durch und denke, was passiert gerade? Ich verliere hier gerade irgendwie den Boden unter den Füßen. und ich weiß, ich kann mich so gut daran erinnern. Ich war noch in Berlin am Flughafen, hatte meine Kopfhörer auf, höre gerade Musik, setzte mich auf so eine Bank und neben mir sagt so ein Typ so, hey Laura, nein, das ist jetzt dein Thema, das ist dein Problem, das musst du jetzt klären mit deinen Eltern, das ist nichts, was ich nehme so meinen Kopfhörer ab und denke so, okay, was passiert hier gerade? Mit wem redet der? Und höre dann so mit einem Ohr zu und denke mir so, okay, fuck, es verfolgt mich gerade auch hier, ich versuche gerade Abstand zu bekommen. Ich steige in den Flieger und komme dann, wie gesagt, in der Toskana irgendwann zwei Stunden später noch eine Stunde Autofahrt mitten im Nirgendwo in diesem Bergdorf. In diesem Bergdorf gibt es gar nichts. Also wer schon mal in der Toskana so ein Bergdorf war, das ist einfach so eine Steinburg da oben. Da gibt es keine Restaurants, da gibt es gar nichts. Da gibt es so einen kleinen Supermarkt, da kriegst du irgendwie ein Brötchen, ein Aperol wichtigerweise, ja, nochmal ein Brötchen oder sowas, eine Orange. Das war es, mehr gibt es da nicht. Und setze mich da dann auch auf die Terrasse und dann gibt es in diesem Bergdorf dann überall so kleine Schächte, die dann irgendwie in diese Wohnungen, in diese Wohnungen dann irgendwie in diesen Berg reingehen, ja, dass die dann irgendwie in irgendwelchen Küchen dann auch nochmal Luft haben, wo keine Fenster eigentlich sind. und einer dieser Schächte, der, 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 der K, der guckt so nach draußen, ja, also genau auf diese Terrasse und ich sitze dann so auf einmal, ich so, Laura, Laura, was ist hier los, was streitet sich so eine, keine Ahnung, 80-Jährige, das alte, italienisches Paar, was irgendwie ihr ganzes Leben schon zusammen gewesen ist, so ein 80-jähriger Opa mit seiner 80-jährigen Frau halt, ja, und es verfolgt mich immer noch, ja, so, und wir sitzen da, wir sitzen da die ganze Zeit und haben einen super Workshop, 35 Grad, sitzen aber unter so einem, so Weinblätter und so weiter, ja, und irgendwann kriege ich es so mit, dass es auch da so eine gewisse Dynamik gibt und plötzlich wird mir wie so ein Spiegel vorgehalten, ja, sie erfolgreich, eher Geschäftsführer und so weiter, ja, und auf einmal gehen diese Diskussionen los und Diskussionen, die ich kenne, Diskussionen, die ich, Dialoge, die ich nur zu gut kenne, ja, aus meiner eigenen Erfahrung und es war so wertvoll in dem Moment, das zu sehen, ja, in diesem kurzen Druck, das war so irgendwie wie, jetzt die dritte Person zu sein und von außen auf meine Beziehung nochmal, es war eine ganz neue Perspektive und wir hatten super Tage, wir sind zum Meer gefahren, wir haben viel ausgearbeitet und sind echt ein paar Schritte weitergekommen und an einem Abend haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mal essen in so ein anderes Bergdorf, da sind ganz tolle Italiener und so weiter und kurz bevor wir losgehen, sage ich so, ey, wisst ihr was, wir lassen die Handys einfach und ich nehme mein Handy, packe das einfach so auf den Küchencounter und der Mann nimmt auch so sein Handy, so zack, legt das so da drauf, ja, ja, machen wir und wir fahren dann zu dem Italiener ins benachbarte Dorf und haben super Abend, ganz tolle Kulisse, wir sitzen da irgendwie in so einem Brunnen und es wird ein Pflaster, Wein, alles mögliche serviert und das war wirklich toll, so wie man das kennt, der Keller kommt an, dir kommt die Mutter an und so weiter und alle legen dir neue Sachen hin, der Nachbartisch, schenkt dir Wein aus seiner Flasche ein und das irgendwie total toll und wir haben ganz tolle und tiefsinnige Gespräche und so nach drei Stunden haben wir irgendeine bescheuerte Frage, was passiert? Fast forward, sie holt ihr Handy raus und ich gucke sie und sage, ah, wir hatten noch eine Abmachung und er und ich, wir gucken uns nur so kurz in die Augen und für uns ist alles klar in dem Moment. so, egal, danach waren wir noch auf so einem, sind wir der Musik den Gassen gefolgt und waren auf so einem riesigen italienischen Festival mit so einer Rockband und alles war toll und dann hatte man natürlich das Handy dabei und konnte ganz viele Aufnahmen wieder machen und ganz viel irgendwie für mich, ich war einfach nicht schlimm für mich in der Hesse, ich mache da jetzt kein Fass auf natürlich, ne? Am nächsten Tag sitzen wir dann wieder in dem Workshop, ja, leichter hängen auf, mit viel Wasser und unterhalten uns und dann irgendwann gingen wieder die Gespräche los, dann irgendwann kippten diese Dialoge von den Professionellen dann wieder ein bisschen ins Private, die Diskussion ging wieder los und dann hieß es auch und dann zwischendurch so, ja, aber du musst mal gucken, hier und so funktionieren die Frauen und so weiter. Dann habe ich irgendwann gesagt, stopp, so funktioniert das nicht und erzähl jetzt was. Gestern hatten wir eine Abmachung getroffen. Gestern habe ich in den Raum geworfen, bevor wir losgegangen sind, dass wir die Handys zu Hause lassen. Wir haben alle zugestimmt, sind alle losgegangen ohne Handys. Wir hatten einen Pakt und bei Männern ist es so, dass wenn wir sagen, ja, machen wir, dann schmieden wir in dem Moment eine Allianz. Wir machen das. Wir machen das einfach. Und ihm war klar, in dem Moment, wo er Ja sagt, dass er dieses Ja auch so meint. Er hätte auch einfach Nein sagen können. Und jetzt ist meine Frage an dich. Warum hast du Ja gemacht, aber dann doch anders gehandelt? die erste Antwort war, ja, irgendwie, das fand ich, war eine doofe Idee von dir, Paul. Und dann habe ich dann im letzten Moment dann noch irgendwie durchs Gitter gegriffen und habe mein Handy noch mitgenommen, weil fand ich irgendwie nicht so. Okay, verstehe ich, vollkommen legitim. Aber warum hast du Ja gesagt und nicht Nein? Ja, ja, weil, ja, weil ich fühle mich, ich habe mich dann irgendwie besser gefühlt. Okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir kommen jetzt ein Layer weiter runter, wir kommen jetzt ein Layer tiefer. Das war bis jetzt nur Nebel, ja. Und dann habe ich gefragt, okay, das verstehe ich und das ist auch in Ordnung, aber warum hast du nicht einfach Nein gesagt? und dann kamen wir zu dem dritten Layer. Und beim dritten Layer hieß es, ja, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, Nein zu sagen, ich hatte Angst, nicht mit meinem Handy loszugehen, weil ich mich einfach viel sicherer entfühle. Und dann habe ich sie angekuckt und meinte, okay, ich verinner, aber warum sagst du es nicht einfach zu uns? Es ist dein Ehemann und das bin ich. Es gibt keinen Grund für dich, Angst zu haben, Angst einfach zu sagen, was du denkst. Wir beide, vorne voran dein Ehemann, wir tragen dich auf einer goldenen Kutsche rüber ins andere Bergdorf, beschützen dich mit unserem Leben, fühlen dich zum Essen aus und haben einen wunderschönen Abend. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben in dem Moment. Wir sind für dich da. das Komische ist in dem Moment. Wir fühlen, was du Angst hast. Wir sind aber völlig irritiert, weil wir nicht wissen, woher es kommt. Es gibt für uns keinen Grund. Und in dem Moment, wo du dein Handy rausholst, brichst du unsere Allianz und unseren Pakt, den wir geschmieden haben. Du brichst unser Wort. Du brichst einen Teil unserer Beziehung und das macht auch was mit uns. Und an der Stelle ist mir klar geworden, dass wir diese Angst aus Beziehungen rauskriegen müssen. Dass diese Angst in dieser Intimität nichts zu suchen hat. Und wenn es dann noch einen vierten oder fünften Layer gibt, dann ist es so wichtig, dass wir da rankommen und dass wir das aussprechen. Und wenn wir dafür Hilfe brauchen, dann holen wir uns Hilfe. Und wenn wir unseren Partner tief in die Augen schauen können und wenn wir feststellen, ich kann das nicht, dann ist das vielleicht so. Aber wir müssen diese Angst loswerden. Weil diese Angst irritiert auf beiden Seiten bis zum Gehtnicht. Ja, super. Diese Angst vor Ablehnung, nicht dazu zu gehören, Ausschluss. Hennen wir auch in der Kindheit zu Genüge. Egal, wo wir schauen, Familie, Schule. Schule muss man sich immer unterordnen, und wenn man dazugehören will. Und ich finde es so schön und auch so tief, dass du ja das dir einfach mal klar machst, dass diese Angst innerhalb einer Partnerschaft nichts zu suchen hat. und auch wirklich, weil ich muss ja vor Ausschluss, Ablehnung, keine Angst haben, wenn ich weiß, der Mensch auf der anderen Seite liebt mich. Sicherlich ist es schwer, aus dieser Angst kurz herauszugehen. Aber um deinen Rat zu erweitern, würde ich denken, traut es euch doch einfach mal. Probiert es. Es ist es wert. Es ist es wert. Keiner hat gesagt, dass es leicht ist, aber dass es es wert ist. Ach so schön, Paul. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dem Ganzen ist gerade hier nichts hinzuzufügen, außer dass wir wahrscheinlich noch drei Stunden quatschen könnten. Ich fand dieses Gespräch sehr, sehr inspirierend. Du hast wirklich viele Learnings mit uns geteilt, hast uns viel über dich gesagt und ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer wirklich auch sehr, sehr viel daraus mitnehmen können. Ich auch. Danke dafür. Und ja, danke für dein Zeit, danke für deine Zeit und danke für das schöne Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank.